hallo willkommen zu diesem batterie video von mir jetzt habe ich mir eine einzige habe ich dieses jahr davon bekommen und das ausgerechnet auch von komet aber sie war halt plus 890 und mehr würde ich dafür jeden fall nicht ausgeben space hero ja die typische 300 schuss höhler batterie was hat nicht für ein brutto gewicht sage mal 189 gramm aber brutto steht da nicht da ich habe sie gewogen 1,8 kilo genau so dann viel spaß damit der space hero einzige batterie das kannst du sich vorstellen bei komet ist einfach nie das drin was drauf steht das ist eine leuchtkugel batterie es ist einfach nicht zu fassen okay diesjahr gar keine heuler na gut dann habe ich diese gar keine batterie gehabt dann tschüss bis zum nächsten video also wer eine leise leuchtkugel batterie haben will dann nimmt die